Einen Tag, nachdem ich ihn versetzt hatte, also, ja. Ja. Deswegen. Mhm. 403 mit einer Überführungsfahrt zum Lameser-PD. Bek. Ich wüsste es nicht. Rutschige Stühle hier. Ich soll sich ja auch nicht auf die Stühle stellen. Ich wollte mich nur an einen Tisch mit dir setzen, aber das ist der Tag.